apogeke schreien let's go quellen von randellen die quellen der randellen so was haben wir hier schönes auf windes schwingen ok so hier kommen wir auf jeden fall wieder rauf gut also in erster linie sehe ich keine tue hier dass da wirklich keine ist aber ich sehe immer noch keine da ist kein trüchchen denke ich zumindest so da aber rollen die einfach von alleine weg btf so komm mal her schwingendes etwas so ein bisschen das gefühl ich kann nicht mal kurz gebrauchen so einmal hier hoch danke so fertig starke sonarium lanze ja warum nicht noch wäre ich auch ein bisschen lustig gewesen wenn das jetzt irgendwie geklappt hätte aber okay so dann nehme ich dich mal mit du komm mal her wenn du einmal mit komm hier hin war das eigentlich alle tun ja eine und das waren alle sehr gut kann die markierung löschen lustig wäre es wenn man jetzt den flieger da über mir fliegen sehen würde so also aber ist nicht schade jetzt so im screen nur das segensliche kraft schenken jetzt wird es jetzt endlich sogar let's freaking go und jetzt wird er voll die party auf dem berg so no freaking way dude oh god ey wo willst du denn hin so ich habe mich wirklich wie man sich so verirren kann dass der eine da am anderen ende der map ist wirklich alter falter du ist ich 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 alles ich Ich hoffe, du kannst losfliegen. Kannst du nicht, ne? Ah, gut. Junge. Okay, so. Hm. Hm. Ja, Moment, ich muss ihn erstmal runterlassen. So. Jetzt lasse ich den hoch. Junge, junge, junge. Ich muss ja jetzt so ein Sonau-Ding essen, ne? Na, Zeitweine unbegrenzt, warum nicht? Das ist ja mal ein krasser Choroxid hier, oder? Einmal ein bisschen. Hier hin. Gut. Das ist irgendwie interessant, dass er eben gar nicht hier war, nur und jetzt auf einmal ist er da. Da konntet ihr euch so voneinander trennen, ey. Krass. Lustig ist, ich habe eben hier Hyrule-Tomaten gesammelt, der jetzt auf einmal... Yeah, tschüss. Ey, alter Falt, hallo. Ihr habt einen Schaden. Als ob, ey. Okay. So, ich hol mir jetzt ein Herz ab und dann geht es beim nächsten Mal hier weiter. So, zuallererst, so welche Sachen fallen mir dann mal wieder schnell immer auf. Ich habe erstmal siebte Herz geholt und ich habe ja gesagt, ich werde mir ein neues Herz, äh, neue Batterie holen. Das werde ich jetzt tun. So, weil ich habe ja über 100 von diesen Punkten gesammelt und deswegen kann ich eine neue Energie... Oh, nur eine Zelle? Ach du Schreck. Das ist, äh, wenig. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber gut. Damn. Andererseits, wenn man sofort eine komplette Batterie kriegen würde, ne. Joa. Yeah, ein kleines Ossona-Energiekristallengefertigtes Objekt erhöht die Energie, die in der Batterie gespeichert werden kann. Woohoo. Oh, cool. Dann kann man dementsprechend natürlich noch sehr viel sammeln. Bitte kriege jederzeit zurück. Das werden wir tun. Und, ja, so im Nachhinein ist es jetzt irgendwie doch verständlich, dass es nicht eine direkte, komplette Batterie gibt. So, das war Nummer 1. Nummer 2, äh, in Kakariko gibt es Quests, ne. Ich habe da welche angefangen. Erstens, diesen Typen, der aus seiner, ähm, Schlafstätte abgehauen ist. Und noch irgendwas anderes, was ich angenommen habe, was ich jetzt aber nicht mehr im Kopf habe, was es war. Oh, die Batterie wird sogar da oben angezeigt, im Ladescreen. Cool. Und das werde ich halt jetzt auch nochmal überprüfen, erledigen, nachholen, so gesehen. Joa. Das sind so Sachen, finde ich gut, dass mir sowas dann im Wiedoschnitt mal so auffällt. So. Als allererstes. Tagesstätte. Kurz in NPC hat der einen Namen. Warum so hoch? What? Buki, du hast ne... What? Warum hat der von mir ne Quest? Junge Bursche, hast du schon zu Mittag gegessen? Hast du die Kranzruinen besichtigt? Wenn ich nicht diese Höhenangst hätte, würde ich das sofort machen. Weil der schwebende Kranzruine ist das Betreten verboten, da kann man eh nichts machen. Aber es würde mir schon reichen zu wissen, was auf den Steintafeln in den vier anderen Ruinen geschrieben steht. Wie, was? Du hast für mich einen Blick drauf geworfen? Und was stand drauf? Im Altertum gab es in Haru die sogenannten Waisen, die das Reich beschützten. Fasziniert. Die Waisen waren bestimmt solche unbeugsamen und weisen Personen wie unsere Prinzessenseller. Jedenfalls danke, dass du der Sache für mich auf den Grund gegangen bist. Falls du mir auch den Inhalt der drei Verbleibensteintafeln verraten könntest, wäre ich dir ewig dankbar. Gut. Ich habe ja zum Glück alle vier gelesen, außer die, die da oben schwebt, wo Caleb mich nicht ranlässt. Hehe, wo Caleb mich nicht ranlässt. Früher einmal gab es Personen, die mit Wind, Feuer, Wasser, Blitzschlag sowie mit Zeit und Licht im Bunde waren. Und mithilfe sogenannter Mysteriensteinen konnten sie diese Kräfte sogar noch verstärken. Hochinteressant. Das müssen ja tolle Steinchen gewesen sein, die man damals hatte. So, bitteschön. In uralten Zeiten kämpfte der damalige König an der Seite der Waisen gegen den Dämonenkönig. Doch sie konnten ihn nicht bezwingen und beschlossen, etwas für die Zukunft zu hinterlassen. Eine letzte Hoffnung. Moment mal. Dann ist dieser Kataklysmus vielleicht ein Zeichen, dass der Dämonenkönig zurückkehrt? Haha, da geht meine Fantasie wohl mit mir durch. Hoffentlich. Naja, ich bin mir auf jeden Fall dankbar. Dir auf jeden Fall dankbar. Gut. Um ein Weiser zu werden, brauchte man nicht nur außergewöhnliche Kräfte, sondern auch noch einen Mysterienstein. Faszinierend. Aber was soll das überhaupt sein, Mysterienstein? Ich wette, die waren wunderschön glänzender noch als Diamanten. Und das war die vierte, oder? Warte mal. Wenn man alle Inschriften zusammenfügt, dann kommt ein zusammenhängender Text heraus, oder nicht? Und das bedeutet, der letzte Teil steht auf der Tafel in der schwebenden Kranzruine. Ach Mist, ich habe versucht, den Text im Kopf zusammenzusetzen, aber ich bin zu doof dafür. Aber mit deiner Hilfe konnte ich auf jeden Fall etwas andere... Alters... Umluft... Was? Altertumsluft schnuppern. Mann. Vielen Dank dafür. Darf ich dir zur Belohnung etwas ganz Tolles schenken? Etwas, das jeder Reisende unbedingt braucht? Drei Zitterflügler? Ja gut, warum nicht? Hatte ich die schon? Dieser seltene Schmetterling zeigt sich nur bei Regen. Er erzeugt isolierend wirkende Stoffe, die als Medizin im Widerstand gegen Elektrizität erhöhen. Falls nicht, wirst du das jetzt. Das sind sogenannte Zitterflügler. Ich habe sie in Fireworn gefangen. Sie sind gar entzelten und zeigen sich nur bei Regen. Wenn man sie zusammen mit Monsterzutaten kocht, hält man einen Trank, der der vor Elektrizität schützt. Wenn du auch so viel auf Reisen bist wie ich, solltest du dir das gut merken. Also dann, man sieht sich. Gut, Dankeschön. Was meinst du da? Hi, ich kenne dich. Bist du hier, um mir guten Tag zu sagen? Bist du hier, um meine Bilder zu bewundern? Das sind die Kranzruinen und meine große Schwester Koko und ich. Fünf von den Kranzruinen sind runtergefallen, also muss ich noch drei malen. Okay. So, wie gesagt. Doch, erstens, der Dude hier ist wieder da. Da haben wir ja mal aufgeweckt, irgendwann mal irgendwo. Du bist nicht der Dude, den ich meine. Ist halt ein bisschen Altersschwäche, die ich hier habe. Könnte auch sein, dass hier die Dingsmus wieder da war, aber gut. Was ist los? Bei mir sei es in Ordnung. Hey, da bist du ja wieder. Ich muss mich wohl bei dir bedanken, dass du diesen Kerl aufgeweckt hast. Jetzt brauche ich mich hier nicht, um nichts mehr zu kümmern und kann etwas anderes tun. Hier ist ein Dankeschön für dich. Dreifach. Wow, alter Falter, ey. 9 Minuten 10. Anti-Rutsche-Effekt bewirkt, dass du an der Nassloberfläche nicht abrutscht. Dank stark isolierender Zutaten unterlässt ich bei plötzlichen Regen schauern. Es handelt sich um ein hochwertiges Produkt aus vier Klammerkröten und einem Bockblenhorn. What? Junge, dann kann man die Zeit ja noch erhöhen. An einem dieser miserablen Regentagen könnte es dir durchaus gute Dienste leisten. Wunderbar, jetzt kann ich mich endlich eine Runde aufs Ohr legen. Warm ist welches Bett ich komme. Und du bist wieder die Friede, Freude, Eierkuchen. Du hast einen Kundenstimmst, du hast mich geweckt. Dank dem Duft des Trüffels werde ich auch nächstes Mal einen wunderbaren Traum empfehlen. Vielen Dank. Jungen aus der Forschungsgruppe sprach über eine Steintafel. Dabei musste ich wohl eingeschlafen sein. Das letzte, woran ich mich erinnere, bevor ich einschlief, ist, auf anderen Steintafeln stündete noch andere Worte. Ne, die habe ich schon. Normales Bett 20, Luxor Bett 30. Gut. So, dann wäre das auch erledigt. Jetzt möchte ich mal kurz gucken. Was habe ich dann noch gesehen? Richtig. Du hast das Monster in der Kranzruine auf der anderen Westen besiegt. Gastel und Nabes waren sich da... Noch immer auf die Rückkehr der beiden wartet, solltest du ihr Bericht erstatten. Aha. Okay. Das, äh, genau. Das war eine dieser Quests. Jetzt habe ich die wieder im Kopf. Ah, und die haben auch wieder Zeug da. Willkommen. So. Ich habe gehört, dass du einen großen Gefallen getan hast. Die beiden haben schon darüber gestritten, was besser ist, als sie noch Kinder waren. Und jetzt essen sie das Gemüse des anderen, haben sich umarmt und vertragen sich. Außerdem habe ich endlich wieder Ware im Laden. Es könnte nicht besser sein. Und bevor ich es vergesse, nimm bitte das hier. Na gut, immerhin eine Fettkarotte. Diese Karotte als Heilpflanze. Äußerst geschätzt. Enthält große Mengen an Nährstoffen. Als Kochzutat erhöht sie die Ausdauer über das Maximum hinaus. Das ist eine Fettkarotte. Wenn du sie kochst, verleiht sie die Ausdauer. So, ein erstklassiges, natürliches Heilmittel. Sie wird schon seit Urzeiten sehr geschätzt. Ist aber heutzutage äußerst selten geworden. Bitte nimm sie. Ich danke dir vielmals. Bitte komm jederzeit wieder vorbei. Gut. So, ich nehme Butter mit. Ich nehme alle. So, bitteschön. Rüstungskürbis brauche ich jetzt nicht. Sportkarotten auch nicht. Und, äh, ja. Das kommt dann irgendwann, ne? Gut. War das jetzt quasi alles? Oder war da noch was hier in Kakariko? Brunnenfan. Ramdas Schatz. Operation Moldora. Hinnox Ivarok. Ja, das war anscheinend alles hier. Nachricht aus Uralter Zeit. Ne. Ja, die Steintafeln. So, die Einer von Monsta, Dingsbumsholm. Okay. Die Suche nach Zelda. Tränen des Drachen. Der Tempel im Untergrund. Das könnte ich eigentlich auch mal machen, ne? Tempel ähnliches Gebilde, wo die Statuen drauf blicken. Das hatte ich quasi im Kopf, aber dadurch haben wir nur in Anführungszeichen eine Quelle gefunden. Als wir halt den Soros gefolgt sind, ne? Äh, ja. So, dann wäre das. Und warum lässt du mich verdammt nochmal nicht in diese blöde Ruine? Die ganze Sache mit Prinzessin Zelda hat mich der Erd verwirrt, dass unsere Gebrüßung wohl etwas zu kurz kam. Wenn ich mich darum erneut vorstellen darf, mein Name ist Tauro. Auf Anfrage von Frau Paya hin wurde ich mit der Erforschung der in diesem Dorf herabgefallenen Ruinen beauftragt. Wir sollten uns den Befehlen von Prinzessin Zelda wohl nicht widersetzen. Ich werde mich also von der schwimmenden Kranzruine verabschieden und mit der Erforschung der anderen fortfahren. Bestimmt hast du schon gehört, dass in der Nähe des Dorfes noch vier weitere Kranzungen vom Himmel gefallen sind. Dabei sind sie natürlich nicht ungeschadet geblieben. Aber in ihren Inneren wurden hochinteressante Steintafeln gefunden. Ich wette, wenn wir sie weiter erforschen, werden wir schon bald die Geheimnisse der so einer Zivilisation lüften können. So. Und lässt mich immer noch nicht rein, ne? Kannst du sehr, sehr ausdrücklich zu, das Verbot fängt. Gibt mal, darf sich der Kranzruine nähern. Oh Mann, ey. Na gut, egal. Okay, dann wäre das jetzt auch noch erledigt. Stimmt, eine Sache, die ich auch noch gesehen habe. Ich war im Dorf der Soras, habe ich da gebetet. Und da ist mir aufgefallen, dass Impa und Nabes dort sind. Ich glaube, der hieß Nabes. Vielleicht nur nachts, auf jeden Fall. Ich war nachts dort. Habe ich die gesehen. Und jetzt will ich mal gucken, ob die wieder da sind. Und einen anderen Dude gesehen, der eine Quest hat. Ich habe keine Ahnung, warum der vor allem eine Quest hat. Ich weiß auch nicht, ob ich das Dorf alle nochmal angesprochen habe, nachdem ich quasi die Hauptquest erledigt habe. Aber... Joa, mal gucken, ne? So, weil irgendwoher muss ich ja auch wieder die anderen Rüstungsteile bekommen können, ne? Okay, da oben stehen die immer noch. Und der Dude mit der Quest war hier. Ich frage mich, wohin? Okay, so. Ein fluffiger Ort. Ich bin sicher, dass ich das gehört habe, aber... Ach, du bist es, Link. Hast du etwa gehört, was ich vor mir hingemummelt habe? Wenn du schon zuhörst, darf ich dich um etwas bitten. Weißt du etwas über einen fluffigen Ort? Also ist es so, als meine Frau, die Dude, zum Fischen ging, sang sie dieses seltsame Lied vor sich hin. Ich fand einen fluffigen Ort, dort fange ich Fische, hüpf, hüpf. Und dann hopste meine Frau vergnügt über die Brücke östlich des Dorfes. Damals dachte ich mir nichts dabei, aber nun lässt es mir keine Ruhe mehr. Ein fluffiger Ort und hüpf, hüpf. Davon habe ich noch nie gehört. Meine Frau kann voreilig sein, wenn sie die Begeisterung packt. Ich mache mir langsam Sorgen um sie. Oh, die Dude. Hoffentlich ist es dort nicht gefährlich, wo sie hingegangen ist. Okay, östlich des Dorfes. Das bedeutet hier, ne? Über die Brücke östlich des Dorfes antrat, sang sie ein Lied, hüpf, fluffig und hüpf, hüpf. Ja gut, das können wir ja machen gleich so. Ich werde ihn beschützen. So, ihr habt alle Namen, ne? Ja. So, Basu kenne ich, Maroth kenne ich. Oh, noch eine Quest. Junge, was habt ihr? Das ist der Krimaladen Korallenriff. Dank seiner Majestät, König Sidon und dir konnten wir unseren Bestand an Fischen wieder auffüllen. Du hast uns wirklich aus der Zilkmühle gerettet. Wenn du etwas kaufen möchtest, nimm es dir einfach vom Tisch. Oh, oder bist du aus einem anderen Grund hier? Krapschen. Oh, ich glaube, meine Gefühle für die Ausdauerkrabbe nehmen gerade ein bisschen Überhand. Oh. Gut. Ja, ich habe meine Vorliebe für Ausdauerkraben entdeckt, als der Irrsinn mit dem Schlamm langsam ein Ende fand. Boah, ich hasse es ja, mit Kabel zu zucken. Zum Glück habe ich mehrere Controllers. Aber wenn man die erstmal abstauben muss. Okay, der ist auch nicht voll, aber egal. Der ist jetzt aus, okay. Ich konnte keine Fische mehr zum Kauf anbieten, weil der Schlamm so viel Schaden angerichtet hatte. Aber als ich mich gerade der Jammerei hingeben wollte, konnte seine Krabbe meinen Weg. Ich war hungrig und sehr verärgert, da habe ich sie einfach gegessen mit einem Haps. Die Stacheln waren schon sehr schmerzhaft, aber als der Schmerz langsam nachließ, bemerkte ich, ach was begrüßte mich, der wunderbare Umami-Geschmack. Es schmeckte unfassbar gut. Oh, ich glaube, ich fange an zu sabbern. Ein oder zwei reichen mir nicht. Ich brauche zehn. Kann ich bitte zehn Ausdauerkraben haben? Natürlich wird sich das für dich lohnen. Ich werde schon ganz krabbelig. Ich habe Krabben. Wirklich? Habe ich zehn Stück oder was? Willst du mir dann zehn deine Ausdauerkraben geben? Sicher. Alter Falter. Auf jeden Fall zehn Krabben. Krabben, ja. Ich sehe sie und fühle sofort Schmerz und Umami in meinem Mund. Ich danke dir vielmals. Und nun mein Dank. Das war unser erster Krabbenhandel. Daher möchte ich extra großzügig sein. Hier für dich. Wow. Lass mich bitte wissen, wenn du noch mehr Ausdauerkraben gesammelt hast. Dann handeln wir. Ich lasse dir je nach Anzahl deiner Krabben etwas in deiner Tasche krabbeln, dass es ihren Werten spricht. Hey, hey. Okay. What? Junge! Na gut, das habe ich auf euch schon mal sofort geschafft. Ich grüße dich, Link. Wieder einmal hast du dem Dorf der Soras einen großen Dienst erwiesen. Seite an Seite mit unserem jungen König Silon hast du für die Rettung des Dorfes gezorgt. Ich danke dir. Um dich auch den restlichen Folgen des Kataklysmus zu stellen, brauchst du eine Waffe, auf die du dich verlassen kannst. Die Lichtschuppenlanze, mit der die Soras bereits seit ureifenden Zeiten kämpfen, wird dir bestimmt gute Dienste leisten. Wow. Wenn du die dafür benötigten Materialien hast, fertige ich gerne eine für dich an. Du brauchst eine Soralanze sowie drei Diamanten und fünf Feuersteine. Die Soralanze kann sogar schon zerfressen sein. Das macht gar nichts. Hast du alle Materialien finden können? Falls ja, mache ich mich sofort an die Arbeit. Krass. Oh, du hast tatsächlich alles finden können. Gut, einen kleinen Moment Geduld, bitte. Wahnsinn, ey. Ich kriege die Lichtschuppenlanze wieder. In Anführungszeichen wieder. Wegen Biotw hat man die halt gehabt, ne? Gut. Ich präsentiere die Lichtschuppenlanze. What? Die einzigartige Waffe der großen Miefer. Für ihre Heilkräfte ist Miefer berühmt, aber dass sie auch eine erstklassige Lanzenkämpferin war, ist weniger bekannt. Sollte sie dir zerbrechen oder abhanden kommen, fertige ich gerne einen weiteren Sechsenklar für dich an. Junge, Junge, Junge. Stärkung bei Nässe. Jo, was geht? Ah, ist das schön. So. Äh, nach Stärke. Dann. Pack mal Dreck dran, ne? Was will das nochmal machen? Plus wie viel? Wird nicht angezeigt. Mach ich aber. Verdoppelt die Stärke? What? Wohoho. Junge, wie geil ist das denn? Alter Falter. Aber warum ist die jetzt auf 102? Die ist wieder nur auf 51. Hä? Ey, ich glaub's nicht. Der hat die Sora-Lanze mit Angriffskraft Plus genommen. Ich hatte zwei Stück, eine Weitwaffe an Angriffskraft Plus und der nimmt die bessere. Ach, Spiel, ey. Mann. Tja. Ja, gut. Ähm, ich weiß nicht genau, warum mir das jetzt quasi genommen wurde. Aber okay, behalten wir es dann fast so bei. So. Auch noch was? Nö. Okay, gut. Ja, gab hier doch mehr Quests als erwartet. Hast du noch was? Nein. Dann reden wir mal mit Impa. Und Nabis. Oder Nabis. Tofu. Sitzt sie doch jetzt eigentlich hier? Dorefan ist noch hier. Okay. Ja, als ob. Oh je, wie lange noch. Also, wie ich schon so oft gesagt habe, du musst dir deiner Verantwortung als Jonas-Dienerin immer bewusst sein. Eine Kamerafrau muss... Kamerafrau? Kamerafrau muss sich stets so betragen, dass sie ihrer Herren keine Schande macht. Ja, ja, natürlich. Kommt nicht wieder vor. Ah, Link. Oh, werter Link. Es ist mir entsetzlich peinlich, dass ich euch nicht früher bemerkt habe. Weil du so mit deiner Predigt beschäftigt warst. Du, diese Predigt muss ich nur halten, weil du so nachlässig bist. Jona hat uns doch extra mitgeteilt, wo der Sorahelm, den sie Link schenken wollte, zu finden ist. Er wurde dem Himmelsfisch dargebracht, sagte sie. Ja, ich weiß es ja. Ich habe schon alle Flüsse in der Gegend nach diesem Fisch abgesucht, der angeblich den Sorahelm verschluckt hat. Wie kannst du bitte glauben, ein ganz normaler Fisch könnte den Sorahelm verschlingen? Himmelsfisch muss logischerweise auf einen Ort hinweisen, wo der Helm versteckt wurde. Schon seit du klein bist, fantasierst du dir solche Sachen zusammen, anstatt mir nur einmal vernünftig zuzuhören. Und da geht es schon wieder los. Rette mich, Link. Das ist sehr gut. Hast du eine Quest? What? Junge, Junge. Junge, Junge. Eine lange Brücke führt dorthin. Lasse unter dieser Brücke die Furcht hinter dir. Wer beide Wasserfälle durchschreitet, wird den Schatz erlangen. Nun, was meinst du, ob diese Hinweise wirklich zu einem Schatz führen? Das Buch war allerdings schon recht alt. Keine Ahnung, ob es diesen Schatz wirklich gibt oder ob er überhaupt noch dort ist. Aber sollte an dieser Geschichte doch etwas dran sein, wäre dir dieser Schatz sicher nützlich auf deiner Reise. Also ich an deiner Stelle würde der Sache lieber auf den Grund gehen. Ja, gut, danke schön. Ich lese das gleich nochmal durch, aber es hörte sich so ein bisschen an, als wäre da oben noch eine Brücke über diesen Fischi oder so. Ey! Die hat doch gerade gesagt, ich könnte ja durchaus... Ne, die hat doch eine Quest gehabt, oder? Oh, Link, vielen Dank für alles, was du getan hast. Ich habe lange überlegt, was ich im Gegensatz für dich tun könnte, um dir für die Rettung des Dorfes zu danken. Ja, du hast die alten Schriften... Oh! ...aufgestirbert, die vom Besucherbeinschutz berichten. Es heißt, dass ihr Träger die Fähigkeit erhält, sich ganz nach Belieben im Wasser vorzubewegen. Könnt ihr dir so einen Beinschutz auf deiner Suche nach Prinzessin selber nicht unheimlich gute Dienstleisten, Link? Ich habe Sidon und den anderen im Dorf schon mitgeteilt, dass du ihn haben sollst, aber... Leider konnte das gute Stück bislang noch nicht aufgetrieben werden. Das ist auch nicht verwunderlich, denn laut den Schriften, die Jato fand, stammte der Sora-Beinschutz aus uralten Zeiten. Er solle im antiken Sora-Heiligtum als Opfer für die Freundschaft von Soras und Hylianern dargebracht worden sein. Als ich das hörte, habe ich jeden Winkel des Heiligtums abgesucht, aber leider ohne Erfolg. Ich frage mich wirklich, wo im Heiligtum der Sora-Beinschutz dargebracht wurde. Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. War das Heiligtum irgendwie hier? Kristallwasserpalast, Kristallwasser, Höhle am Donnerhorn. Hm. Mieferstätte, östlicher Stausee. Ja gut, wie dem was sei. Dann quatschen wir jetzt erstmal mit dem bei mir. Ja gut, wie dem was sei. Dann die